Für unsere Benutzer haben wir ein Ordnerkontingent konfiguriert, das auf dem persönlichen Laufwerk eben nicht eine unlimitierte Anzahl an Festplattenkapazität zur Verfügung steht. Ich möchte nun das Ganze noch etwas erweitern. Und zwar möchte ich verhindern, dass Audio- und Videodateien auf dem persönlichen Laufwerk abgelegt werden können. Dazu können wir mit Dateiprüfungen arbeiten. Es gibt auch wieder Vorlagen. Wir haben hier diverse Vorlagen Audio- und Videodateien blockieren, ausführbare Dateien blockieren, ausführbare Dateien und Systemdateien überwachen, Bilddateien blockieren und E-Mail-Dateien blockieren. Sie können jede Vorlage kopieren und für Ihre Bedürfnisse anpassen. Mit einem Rechtsklick wähle ich Vorlageneigenschaften bearbeiten, damit sie einen Eindruck erhalten. Ich wähle hier Bearbeiten aus und da ist die Liste von Dateiendungen bereits vorbereitet. Da sind viele Video- und Audio-Endungen aufgelistet. Sie können, wenn Sie die Vorlage kopiert haben, selbstverständlich zusätzliche Endungen hinzufügen. Der Prüfungstyp ist aktiv. Aktiv bedeutet, dass die Dateien blockiert werden. Sie sehen, Speichern von nicht autorisierten Dateien nicht zulassen. Passiv würde bedeuten, das Speichern wird zugelassen für Überwachungszwecke. Ich wende nun einmal diese Vorlage direkt an auf das Home-Laufwerk. Dazu wählen wir hier Dateiprüfungen, Rechtsklick, Dateiprüfung erstellen. Nun müssen wir den Dateiprüfungspad angeben. Ich wähle Durchsuchen, navigiere da zum E-Laufwerk und ich wähle wieder den Ordner Home aus. Und dann OK und nun können wir die Vorlage auswählen, Audio- und Videodateien blockieren. Ich wähle Erstellen. Jetzt haben wir diese Vorlage konfiguriert. Ich wähle da noch Aktualisieren aus. Alles in bester Ordnung. Die Ansicht wird da nicht angepasst. Wunderbar. Jetzt können wir unsere Konfiguration überprüfen. Einmal mehr geht es zurück zum Client01. Bei Client01 bin ich als Tina Schild angemeldet. Das können wir kurz schnell prüfen. Navigiere da zur Startfläche, suche hier dieses Feld, Tina Schild. Jawohl, wir sind als Tina Schild angemeldet. Ich wähle dieser PC aus. Hier haben wir das persönliche Laufwerk von Tina Schild. Jetzt versuchen wir das Ganze mal zu testen, indem wir auf dem Desktop eine neue Datei erstellen. Und zwar eine Textdatei. Und ich wähle hier Mein Film. Jetzt werde ich die Ansicht noch anpassen im Windows Explorer, damit wir die Endungen sehen können. Damit ich diese Änderung bearbeiten kann. Unter Ansicht wähle ich Einblenden, Dateinamen, Erweiterungen. Jetzt sehen wir hier meinen Film.txt. Diesen werde ich nun anpassen in Punkt MP3. Jawohl, ich möchte diese Änderung vornehmen. Jetzt haben wir eine MP3-Datei. Rechtsklick, kopieren. Und ich wähle hier das persönliche Laufwerk von Tina Schild aus. Rechtsklick und einfügen. Und nun sehen Sie, wir haben kein Recht, diese Datei abzulegen. Sie benötigen Berechtigungen zur Durchführung des Vorgangs. Die Meldung ist vielleicht jetzt nicht unbedingt sehr ideal. Das kann etwas verwirren. Aber wir haben diese Dateiprüfung angewendet. Tina Schild kann nun keine MP3-Dateien auf diesem Laufwerk ablegen. Was allerdings dazu zu sagen ist, ist folgendes. Wenn Ihre Benutzer etwas clever sind und Sie die MP3-Datei umbenennen in Punkt txt, dann können Sie diese Datei trotzdem ablegen. Diese Dateiprüfung ist wirklich nur bestimmt für diese Dateiendungen. Also wenn ich da zurücknavigiere zu FileSFA01, diese Dateiprüfungsvorlagen basieren auf den Endungen, die in dieser Vorlage vordefiniert wurden. Wenn jemand eine Datei umbenennt in Punkt txt, dann kann er eben die Datei trotzdem ablegen. Das ist vielleicht eine Einschränkung. Aber ich denke, für die meisten Benutzer kann dies etwas abschreckend sein. Und so haben Sie auch eine weitere Möglichkeit zu verhindern, dass die Festplattenkapazität nicht zu Neige geht auf Ihrem FileSFA01.